Eine Fläche aus blauen Kreuzen rotiert auf dem Bildschirm, gelbe Punkte sind dort in Form eines Dreiecks angeordnet. Konzentriert man sich nun auf dem Mittelpunkt, der rot und grün aufblinkt, verschwinden die gelben Punkte ins Nichts. Jeder Betrachter empfindet diesen Löschvorgang anders, so können die gelben Punkte einzeln, paarweise oder gleichzeitig unsichtbar werden. Schon ist der Betrachter wieder seinem eigenen Gehirn auf den Leim gegangen, denn in Wirklichkeit sind die drei gelben Flecken immer vorhanden. Die Theorien des Hirnforschers Karl Hering und Ignaz Trotzler erklären diese Illusion. Beim längeren Betrachten einer Farbfläche bildet das Gehirn Nachbilder auf der Netzhaut. Diese neutralisieren die eigentlich existierenden Farbtupfer. Dadurch verblassen die gelben Punkte der Troxler-Effekt. Durch die zusätzliche Modulation wie das sich drehende Kreuzgitter wird das Hintergrundrauschen erhöht, so setzt das Verschwinden der gelben Flächen besonders schnell ein. Auch wenn man die gelben Punkte vergrößert und sie somit an Präsenz im Gesamtbild gewinnen, kann man sich dem optischen Löschvorgang im Gehirn nicht widersetzen. Lässt man den Hintergrund schneller oder langsamer rotieren, nimmt die unterschiedliche Geschwindigkeit ebenso keinen Einfluss auf das Erleben dieser optischen Täuschung.